Was ist die Reallohnzuwächse? Wie definiert man das? Ich glaube, ein Drittel Schwierigkeiten hat, über die Runden zu kommen, jeden Cent zweimal umdrehen muss, bevor sie ihn ausgeben kann. Und dann auch schwieriger in der Lage ist, irgendwelche Zwischenfälle oder größere Anschaffungen zu kompensieren und ohne Schulden zu leisten. Was ist das, was wir in der Wirtschaftspolitik schauen müssen? Dass bei den Bezieherinnen der Mindestsicherung ein sehr großer Teil auch aus arbeitenden Menschen besteht, die zu wenig verdienen, um über die Runden zu kommen. Aber das geht nicht nur in Richtung der Landesregierung. In Richtung der Landesregierung verlangen wir, dass man sich sehr deutlich Gedanken macht, welches Einkommen wir eigentlich über Sozialleistungen absichern möchten. Und mit welchen Sozialleistungen kriegen wir das hin? Das ist das eine. Ein zweiter Punkt. Man braucht ja nicht nur über finanzielle Unterstützungsleistungen etwas tun oder kann nur über finanzielle Unterstützungsleistungen etwas tun, sondern man kann auch die Ausgaben dieser Menschen reduzieren. Dabei spielt eine Rolle, dass man günstige und leistbare Wohnungen schafft. Dabei spielt auch eine Rolle, was ja von Seiten der Landesregierung in der Tat auch im Gespräch ist, die Kinderbetreuungskosten zum Beispiel für Menschen mit geringen Einkommen zu reduzieren oder ganz aufzuheben. Das sind auch Entlastungen. Aber eine große Rolle spielt dabei, wo setzt man das Einkommen ein an, wo man sagt, bis dahin brauchen wir die Unterstützung. Das nützt nichts, wenn man das Einkommen so unrealistisch niedrig einsetzt, dass dann von dem Drittel der Bevölkerung ein großer Teil wieder nichts hat. Katastrophal. Das kann man so nüchtern sagen. Also wir hatten ja schon vor dem Einsetzen dieser Flüchtlingswelle und mittlerweile kann man es ja auch so nennen, Schwierigkeiten mit leistbarem Wohnraum. Wir hatten schon vorher für die Menschen, die hier zu uns kamen und Unterstützung bei der Wohnungssuche nachfragten, keine Wohnungen im Angebot und nur sehr wenige. Und das hat sich mittlerweile nochmal zugespitzt. Und es ist ja sogar das Paradox, dass begrüßenswerterweise die Caritas und auch das Land für Asylbewerber Unterkünfte beschafft haben, auch Wohnungen beschafft haben. Aber wenn die dann anerkannt sind als Konventionsflüchtlinge, kommen die zu uns und wir haben die Wohnungen nicht zur Verfügung, die jetzt alle schon abgegrast worden sind. Das ist momentan ganz schwierig und in der Tat eine Katastrophe. Das Einzige, was man tun kann und tun muss, ist Geld in die Hand nehmen und bauen mehr als man wollte. Und da sage ich auch klipp und klar, da wird man auch den Haushalt strapazieren müssen und nicht nur auf die schwarze Null schielen können. Und zwar nicht nur für Flüchtlinge. Wir brauchen insgesamt Wohnungen. Und ich glaube, dass sogar die Flüchtlingswelle eine Chance ist, weil man sich den Problemen jetzt mal stellen muss, die wir schon vorher hatten, und nicht mehr einfach ausweichen kann. Und ich glaube, dass wir das nicht mehr tun können.